Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Wetterdeutschland, sonnig, Wolken im Norden, 14,25 Grad. Deutschlands Wetterperspektiven, Wolkenformationen, Temperaturschwankungen, Windmuster und zukünftige Aussichten. Als gigantisches Reich aus vielfältigen Landschaften, Klimazonen und Wetterbedingungen zeichnet sich Deutschland durch ein hochdynamisches Wettergeschehen aus. Von der rauen Küste im Norden bis zu den sonnenverwöhnten Weinbergen im Süden nimmt das Wetter eine Vielzahl von Formen an, wobei Wolken, Temperaturen und Winde auf vielfältige und oft überraschende Weise miteinander interagieren. Wolkenformationen über Deutschland Prof. Dr. Bettina Schiek vom Institut für Atmosphärische und Klimawissenschaften an der Universität Leipzig weist darauf hin, dass Wolken ein wesentliches Merkmal des deutschen Wetters sind und eine große Rolle bei der Bestimmung unserer Temperatur und Niederschläge spielen. Aufgrund der vorherrschenden Westwinde in den mittleren Breiten treffen in Deutschland häufig atlantische Tiefausläufer auf. Diese bringen oftmals stark bewölkte Tage mit sich. Doch Unterschiede existieren. Während der Norden und der Westen Deutschlands im Durchschnitt an mehr als 200 Tagen im Jahr von Bewölkung bedeckt sind, erleben der Osten und der Süden weniger bewölkte Tage. Temperaturdynamik Was die Temperaturen betrifft, so ist Deutschland ein Land der Kontraste. Während die Winter im Norden mild und die Sommer angenehm warm sind, können die Temperaturen im Süden aufgrund der Höhenlage und Nähe zu den Alpen stark schwanken. Der Deutsche Wetterdienst, DWD, meldet jährliche Durchschnittstemperaturen von 0,5 Grad in den anspruchsvollen Wintermonaten in den Bayerischen Alpen bis zu warmen 20 Grad in der Sommerzeit in Brandenburg. DWD 2023 Besorgniserregend ist allerdings die Feststellung von Dr. Jens Olesen vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, dass die Durchschnittstemperaturen in Deutschland in den letzten Jahrzehnten stetig gestiegen sind. Was auf den globalen Klimawandel zurückzuführen ist. Olesen 2024 Windbedingungen Deutschland sitzt regelrecht zwischen den Stühlen, wenn es um Windsysteme geht. Im Norden beeinflusst das polare Ostsee-Tief das Wetter, während der Süden Meer, von den Alpen, beeinflusst wird. Dabei sind die Westwinde die Haupttriebkraft für das Wettergeschehen in Deutschland. Sie führen zu gemäßigt maritimen Klima, das den größten Teil des Landes beeinflusst. Zukunftsaussichten Klimawandel im Fokus Die Zukunft des Wetters in Deutschland wird in hohem Maße vom Klimawandel beeinflusst. Die Modelle des Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, prognostizieren für Deutschland im Allgemeinen wärmere, trockenere Sommer und mildere, nassere Winter. Der Klimatologe Dr. Jens Olesen warnt jedoch davor, dass obwohl diese Modelle uns einen allgemeinen Rahmen für zukünftige Bedingungen liefern, sind sie kein Ersatz für konkrete Anstrengungen zur Klimaanpassung und Minderung. Olesen zu lesen Abschlussbemerkungen Wetter ist weit mehr als nur eine Prognose der nächsten Woche. Es ist ein beeindruckender Ausdruck der natürlichen Kräfte unserer Erde und beeinflusst fast jeden Aspekt unseres Lebens. Das Verständnis seiner Abläufe, Muster und prognostizierten Veränderungen bietet wichtige Einblicke in die Herausforderungen und Chancen, denen sich Deutschland in den kommenden Jahren gegenüber sieht. Autor Anita Farke Donnerstag, 9. Mai 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.